Ich komme heute wieder bei Marcel N. Vogel. Heute wollte ich euch ein Schleim zeigen. Das ist ein Schleim. Ich stelle die Kamera mal so hin, wenn man das sehen kann mit Schleim. Das ist aber die Linse hier im Weg, deswegen muss das so sein. Ich fülle das aber um. So. So, jetzt kann man den Schleim sehen. Okay. Und jetzt mache ich das ein bisschen nach. So, das ist ein Schleim. So, wenn ich den jetzt mal aufmache, dann ist der so aus. Wenn man den hier anfasst, dann ist der ganz klitschig. Mit Seife. Ganz klitschig, der Schleim. So. Und wer es wissen will, wer es auch machen will, da muss man, da muss man erstens Seife, das ist ein Seifenschleim, da muss man Seife reintun. Mindestens 10, 11 Spritzen, äh, 10, 11 Spritze da rein. Kommt darauf an, wie viel ihr haben wollt. Ich habe jetzt, ähm, ich habe jetzt 8 Spritze da rein gemacht, ja. Und, ähm, so, dann kommt da Seife rein, dann hauch Zucker, hauch Zucker rein, äh, Salz, genau, nicht Zucker, Salz, hauch Salz rein und dann bis 10, 15, 15 Minuten im Gefrierfach tun. Aber wirklich ein Gefrierfach, nicht ein Kühlschrank, ein Gefrierfach, richtig kalt. Und dann, dann nochmal ein bisschen, äh, warm werden und dann nochmal 10 Minuten, äh, nochmal in den Kühlschrank und dann ist das noch wie ein richtiger Schleim, ja. Okay? Und morgen mache ich wieder Schleim oder heute noch. Okay, tschüss. Okay, tschüss.